Der bei dem Bombenanschlag im Libanon getötete Mohamed Shattar war ein angesehener Ökonom und gemäßigter sunnitischer Politiker. Ende der 90er Jahre vertrat er den Libanon als Botschafter in den USA. Zuletzt war der 62-Jährige ein enger Berater des früheren Ministerpräsidenten Saad Hariri, der bis vor zwei Jahren im Amt war. Hier beide bei einem Papstbesuch im Jahr 2010. Als Berater diente Mohamed Shattar bereits auch unter den Ministerpräsidenten Fuat Senyora und Rafi Kariri. Dieser wurde 2005 bei einem Anschlag getötet, nicht weit entfernt von der jetzigen Attacke. Noch eine Stunde vor seinem Tod hatte Shattar eine Kurznachricht über Twitter verschickt. Darin kritisierte er die schiitische Hisbollah-Bewegung.